Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen wieder ein Szenario der Woche, und zwar Egidie. Toller Titel, mehr verrät uns das alles nicht. Okay, entdecken Sie verbündete Transportschiffe, retten Sie die... oh Gott, Shorshors? Schnarche? Ne? Okay. Wenn ich das grad... Wenn ich das grad richtig sehe, spielen wir quasi mit einem Clan zusammen. Die haben alle fast die Cleveland. Okay. Gut. Achso, erobern Sie den strategischen Bereich. Den Bereich müssen wir auch noch erobern. Das ist wahrscheinlich der Bereich, der jetzt angezeigt wird. Ach, und da rechts ist das Schiff, was wir beschützen sollen. Und die retten? Ne? Das ist die Vorhund des Gegners. Zerstören Sie sie! Äh, bin ich grad verwirrt? So, na egal. Erstmal die Vorhund zerstören. Zerstören Sie fünf Schiffe innerhalb von zwei Minuten. Jo, sicher. Wenn es nichts leichteres ist, mache ich das. Treffer, und er hat mich auch getroffen. Hurra! Männer, lad nach. Oder legt nach. Gas. Dauer hat wieder. Nur Schnarchnasen auf der Bayer. Oh, nee. Ich bin die Schnarchnase. Die hinteren Geschützen hätten schießen können. So, eins ist weg. Ein Schlachtschiff ist weg. Der Zerstörer auch. Nächstes Ziel. Ach, ich gehe auf das nächste Schlachtschiff. Ja, kipp uns alle, ist was ihr habt. Verdammt, hier ist ja eine Insel. Na, wir müssen aber zu einem Punkt, oder? Es sind auch nur zwei. Ich fahr mal hier den anderen hinterher. Oh, die anderen Nebenkasten haben abgeschlossen. Das war super. So, ich trinke nochmal einen Weizen. Ach, lecker Weizen am Abend. Es gibt nichts Besseres. Ah. Ich dachte mir, wenn ich wieder die Bayern fahre, muss ich einen Weizen trinken. Na toll, wir brennen hier lichterloben. Luftunterstützung, cool. Haben wir jetzt den Punkt eingenommen? Das heißt, unsere Transportschiffe sind umzingelt von gegnerischen Schiffen. Alles außer Weiswetter. Ich habe jetzt einfach mal grob in die Richtung geballert. Bis die anderen Schiffe da sind, ist ja eh wieder ein... Oh, einen Treffer haben wir. Ist ja eh wieder Munition drin. Also, ich werde jetzt da... Ähm, ja, die Transportschiffe retten, indem wir die anderen Schiffe da zerballern. Alles, was jetzt in unserer Nähe kommt, wird angegriffen. Oh, ne, Gnade rein da. Oh, alle leben auch noch. Das ist ganz gut. Das ist ja. Oh, es ist schon zerstört, schade. Da geben wir noch nicht viele Punkte gemacht. 19.000. Nicht zufrieden. Ich will mehr machen. Ich werde Kills haben. Ach, das können wir auch noch mal machen. Letzter Erfolg Treffer. Komm. Ja. 5 Treffer. War doch ganz gut. Leider nicht versenkt. Nice. Also, Team ist gut. Ich habe mich mit dem Ruhm noch nicht bekleckert. Ah, die anderen reißen es raus. So. Alle ballern da drauf. Wir machen mit. Ich hoffe, es kommt überhaupt noch was an. Ach, scheiße. Hätte schon auf das nächste Ziel ballern sollen. Mal gucken, ob das was wird. Und, er fährt ja schräg. Wird nix. Ja, komm. Hier drehen wir uns lieber. Und schnappen wir uns die da weg. Okay. Dräht sich die Bayern schön schnell. Das ist fast zu schnell. Ah, schon der nächste wieder in den Dücken. Jetzt schießt sich auch einfach ohne zu sehen, wo der Feind ist. Auch cool. Ah, 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 ah. Ich brauche mehr Power. Ich brauche mehr Power. Oh, Insel, Insel, Insel. Langsamer werden. Sonst gibt es ja Stau. Jetzt kann mal Gas geben. Ich hoffe, wieder nichts vor Bord. Ja, kann ich mit denen? Okay. Okay. So, zerstören sie den Konvoi. Haben wir gemacht. Leiten sie die Transportschiffe aus dem Einsatzbereich heraus. Zerstören sie drei gegnerische Flugzeugträger? Flugzeugträger. Wo sind sie? Wahrscheinlich kommen die auch nicht allein. Kommen wir bestimmt jetzt hier von irgendwie der Seite oder von da hinten, dahinter. Was haben wir für Flagggeschütze? Viel Kopf. Ähm, ich habe keine Ahnung, was der Gegner hat. Ich fahre jetzt mein Plan 22 Kilometer. Ich fahre mal in der Richtung hier von unseren Transportschiffen mit der Hoffnung, dass unsere Flaggs da was abhalten können. da ist auch gleich der zweite. Kilometer. Ich glaube, 19. Oh, 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 was mache ich da? Weg, 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 weg. Hey, du. Siehst du mich nicht? Siehst du mich nicht? Ich bin fett. Ah. Gut, gab kein Schaden. Ist okay. Kein mit Leben. So, äh, 17,7. Ah, komm. Dreh dich, dreh dich, dreh dich. Wetter nach vorne, nach hinten. Alter, was denn da passiert? Wuhu, ein Treffer. Ist ja der Hammer. So, da rechts taucht jetzt ein Kreuzer auf. Das heißt, wir machen jetzt hier eine Drehung. Die Waffentürme laden ja eh gerade noch nach. Da ist auch noch ein Kreuzer. Zerstörer, Schlachtschiff. Gut. Das heißt, wir bringen uns jetzt vor der Liberty Transportschiff 3 in Position, um die Dame zu schützen. Geh weg, du Fliege. So, drehen, 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 drehen. Ach, die Kanontürme sind auch gar nicht so weit gedreht. Bestätigter Einschlag. Ja, super. Aber nicht zerstört. Oh, Junge. Mann von Clan Horse, du. Aber es kann passieren. Passieren wir auch auf und zu. Oh, Torpedo mehr, würde ich sagen. Yeah, das war gut. Vielleicht kommen wir raus. Die Torpedos haben wir mit Glück gehabt. Der dreht ab. Okay. Transportschiffe sehen gut aus. Obwohl, die Torpedos gefallen mir ja nicht. Denn wir müssten sie ein Zerstörer loswerden da. Steht der? Ah, nur einer, ey. Na komm. Ja, ist so. Fährst du nicht, bist du stehen, gedreht. Ah, wieder nur einer. Ach, Komboi sieht gut aus. Einen Kreuz haben wir bisher verloren. Und ich bin jetzt auch nicht zu schade, in Nahkampf zu gehen, kurz vor dem Schluss. Oh. Okay, ich glaube, großen Nahkampf gehen wir jetzt nicht mehr. Komm, die nächsten. Abgeschlossen. Yes. Aber die will ich noch fertig machen, da. Nein. Ah, Mist. Fünf Sterne. Wow. Also ich glaube, ich fand es wirkte recht leicht. Aber es kann sein, dass es daran lag, dass da noch ein Team mit dabei war. Die Mission, die sie vielleicht abgesprochen haben oder die vielleicht schon das gespielt haben, die Mission, das weiß ich nicht. Aber die wussten, glaube ich, schon, was sie machen. Ich überlege gerade, wenn ich das Szenario jetzt mit den anderen vergleiche. Ja, war okay. Ich fand doch die anderen beiden besser. Jetzt drüber nachdenke. Newport verteidigen war ganz cool und der Geleitschutz ja wir haben jetzt auch eigentlich quasi die Schiffe gerettet vom Feind übernommen und nach Hause gebracht quasi ja war eigentlich nicht schlecht wie gesagt ich mag die Szenarios ich werde jetzt auch versuchen die nächsten Wochen wenn nichts dazwischen kommt immer mal die Szenarios zu spielen und ein Video zu machen und hochzuladen ja ich hoffe es hat euch gefallen wie haben wir uns denn geschlagen ja ich weiß nicht ich finde wir haben mit der mit der Bayern irgendwie 50.000 55.000 TP da hätte mehr drin sein können wir haben keinen Schiff versenkt das wohnt nicht ich finde sowieso mit der Bayern die hat einfach die macht zwar schon Schaden ich habe auch mal eine Übersicht gesehen von den Schiffen die macht richtig schönen Schaden das Problem ist man schießt maximal mit waren es 6 8 Schuss und die haben so ein Streuverhalten dass ich manchmal immer nur ein Treffer habe von den 8 Schuss der Rest geht daneben irgendwie und das ist dann eigentlich gar nicht so cool wenn ich mir lege ah ist egal naja ich bin mal gespannt was nach der Bayern kommt wenn ich die endlich mal hochgespielt habe wie gesagt ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja lasst ein Like da oder ein Abo und ja auf den Sieg gönne ich mir jetzt mein Weizen weiter bis dann Tschüss Bis zum nächsten Mal.